1.000 für den Imperator, der YouTube-Kanal, in Kooperation mit Games Island und ArtWStudio. Hallo und herzlich willkommen bei 1.000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und das hier ist ein anderer Blick auf den Katanschart des Void Dragons, Vulkan und den Omnisaya und das alles inspiriert durch die neu herausgebrachte Figur des Waschtor. Ich wünsche euch viel, viel Spaß damit. Bevor es aber losgeht, lasst mich noch einmal erwähnen, dass ihr bei unserem Kooperationspartner ArtW, dem spanischen Painting Studio, gerade die Black Friday Weeks habt. Das bedeutet, falls ihr irgendwas angemalt haben wollt oder selber eine Armee einschicken möchtet, zum einen ist es richtig einfach, dort eine Armee nach den eigenen Wünschen bemalen zu lassen. Zum anderen spart es aber auch einfach wahnsinnig viel Zeit. Also ich kann das grundlegend nur empfehlen und gerade wenn man da noch irgendwie durch unseren Rabattcode unten und dann durch die Black Friday Weeks noch so ein bisschen einen Rabatt kriegt, dann war es zumindest bei uns so, dass sich das Ganze wirklich gelohnt hat. So, aber zurück zum ursprünglichen Thema. Der Omnisaya, der irgendwie ein Teil des Gottimperators der Menschheit sein soll oder der Gottimperator der Menschheit, ein Avatar des Omnisaya, Vulkan und der Katanschart des Void Dragons und wie all diese Dinge zusammenhängen und warum das eigentlich mal einen anderen Blick wert ist, gerade in Bezug auf die neu erscheinende Figur des Waschtor. Bevor wir da jetzt ganz krass in die Tiefe gehen, einmal vielleicht so ein paar Dinge, die grundlegend sind, um das Ganze verstehen zu können. Die Katanscharts, die während des Kriegs in den Himmeln gekämpft haben, als ganze Katan, als Sternenfresser und Vampire, die sich von Lebenskraft und Sonnen ursprünglich ernährt haben und dann später auch von Seelen und begonnen haben, da eine entsprechende Gier danach zu entwickeln, haben auch alle eine Form von Spezialisierung. Wie genau diese Spezialisierung passiert ist, wo sie die hergenommen haben, das ist ein bisschen unklar und wird auch nirgendwo genau beschrieben. Aber eine Sache, die sehr, sehr deutlich gemacht wird, ist das technologischer Fortschritt von dem Katan, den man eben den Void Dragon nennt, ausgeht. Was ebenfalls als relativ gesichertes Wissen gelten kann, ist, dass es den Necron Tyr, respektive Necron, gelungen ist, diese Sternengötter, mit denen sie ursprünglich verbündet waren, um den Kampf gegen die Alten zu führen, die daraufhin die Elda und die Krog entdeckt haben, entwickelt haben, genetisch dahingehend geführt haben, dass sie ihnen als Rassen im Kampf dienen können, neben vielen anderen, zerschlagen haben. Am Ende gibt es von den Katan nur noch einzelne Splitter. Diese können unterschiedlich groß sein. Je größer der Splitter des Katan, desto mächtiger dieses Wesen. Die meisten Katanscharts, Katansplitter eben, werden benutzt, um Necron-Technologie anzutreiben oder militärisch den Necrons zu Diensten zu sein. Es gibt allerdings auch noch einige freie Katansplitter, die durch die Galaxis reisen und versuchen, ihre ursprüngliche Form wieder zu vereinen. Einer der riesigen Katansplitter, die übrig geblieben sind nach dem Krieg in den Himmeln, war der Splitter des Void Dragons. Dieser wurde vom Imperator auf dem Mars eingesperrt und wurde in ein Gefängnis hineingegeben, das dann über die Jahrtausende, die der Imperator dieses Wesen dort gefangen gehalten hat, letztlich dazu geführt hat, dass seine Anwesenheit, die sich entwickelnde Kultur auf dem Mars geprägt hat. Auf dem Mars entwickelte sich eine Form von Glauben, die letztlich zu dem führen sollte, was wir heute als das Adeptus Mechanicus und den Kult des Omnissaya kennen. Das ist ein bisschen komplizierter als das, denn gerade während des dunklen Zeitalters der Technologie hat der Mars natürlich extrem krass gelitten. Eigentlich war das mal ein wunderschöner, terra-geformter Planet, aber es kam dann eben, wie es kommen musste, durch Ausbrüche von Psionikern, die Dämoneninvasionen hervorgerufen haben, durch Kämpfe der einzelnen Stämme auf dem Mars untereinander, durch den Einsatz von radioaktiven Waffen und von chemischen Waffen, ist der Mars wieder zu der roten Wüste geworden, die er ursprünglich war. Und die Menschen des Mars mussten sich unter die Oberfläche zurückziehen, um dort überleben zu können. Daraufhin hat man dort versucht, an Technologie zusammenzutragen und zusammenzuhalten, was man will, und sich währenddessen auch brav religiös radikalisiert. Die Titanenlegionen sind entstanden und wurden zu einem elementaren Teil dessen, wie sich die Vorgänger des Mechanikums eigentlich vorgestellt haben, dass das Universum geschaffen ist. Die Religion, die entsteht, ist eben die des Omnisaya, des Maschinengottes. Und seine direkten Diener sind die Titanenlegionen, die Gottmaschinen und diejenigen Maschinenpriester, die dem Mars und dem Credo des Maschinengottes folgen. Dabei sind einige grundlegende Ideen ganz zentral, um zu verstehen, wie das Mechanikum eigentlich funktioniert. Die erste ist, dass sich später zumindest eine Trinität herausbilden soll zwischen dem Omnisaya selbst, seinem Avatar, dem Imperator, und der Locomotive Force, das bedeutet der Kraft, die alles vorantreibt, die hinter dem Entstehen des Universums steht, aber auch hinter dem Entstehen jedes Lebens. Und jedes Leben wird als eine, ja, sich auf einer von Kraft vorangetriebenen Bahn befindend verstanden und der Omnisaya hat allen Dingen einen Platz und einen Plan zugedacht. Und von diesem abzuweichen, indem man von Ritualen abweicht und von dem Glauben an den Omnisaya, das ist negativ. Grundlegend dafür ist eben das Verständnis, dass in dieser Zeit, in der der Mars sich noch nicht mit dem Imperium vereinigt hatte, entstehende Glaubensgredo, dass alle Technologie und alles Wissen des Universums bereits existiert. Es gibt nichts, was es neu zu erfinden gibt, sondern alle Dinge sind schon da und der Omnisaya hat sie bereits in die Schöpfung gegeben. Alles, was man tun muss, ist losziehen und die finden. Und dann macht man seine Sache quasi gut und wenn man es gefunden hat, darf man es auch benutzen. Aber es gibt Abweichungen vom Plan des Omnisaya. Einmal künstliche Intelligenz in jeder Form, denn diese ist seelenlos. Die wahre Bestimmung von Technologie ist es, mit Leben verbunden zu werden, denn nur der Omnisaya kann eine Seele verleihen. Und Seelen existieren nur in Wesen, die bewusstseinsfähig sind. Aus diesem Bewusstsein entsteht dann der Drang zu verstehen. Aus diesem Drang zu verstehen entsteht Verständnis. Und Verständnis macht, dass man dem Omnisaya näher ist. Denn vollständiges Verständnis der Welt und der Schöpfung und aller technologischen und biologischen Apparate besitzt nur der Omnisaya alleine. Je mehr Verständnis man entwickelt, desto näher ist man ihm, desto mehr ergeben sich aus diesem Verständnis logische Schlüsse, die dem Omnisaya dienen. Das ist die grundlegende Idee. So stellt sich das Mechanikum die Welt vor. Wie bei jeder guten, super krass übertriebenen Religion muss es natürlich auch Feindbilder geben. Das sind hier einmal jede Form von Alien-Technologie, denn diese sind eine Perversion des wahren und einzigen Pfades des Omnisaya. Immer wenn ein Alien was erfindet oder baut, ist das quasi per se erstmal irgendwie nicht so, wie es gemeint ist. Auch wenn es besser funktionieren sollte. Wie zum Beispiel bei den Dark Elder. Das finden die ganz schlecht, die Leute vom Omnisaya. Grundlegend ist es so, dass Bewusstsein dadurch geprägt wird, dass es quasi eine Seele gibt. Und diese Seele ist das Gewissen des Bewusstseins. Das bedeutet, in deiner Seele erkennst du automatisch, was richtig und was falsch ist. Und wenn du schlechtes Gewissen hast, weichst du auch gleichzeitig vom Pfad des Omnisaya ab. Wenn man sich das dann anschaut, ist es vor allem wichtig hinzugucken, wie genau das mit der Beseelung eigentlich funktioniert. Weil ganz oft eben Maschinenseele gesagt wird, gerade wenn es in Richtung der Titanen geht. Kurzum aber, was ist den Menschen des Mechanikums verboten? Naja, letztlich die Weiterentwicklung von Apparaten, von denen man theologisch festgelegt hat, das ist das Design, das der Omnisaya sich gewünscht hat. Wir haben es als perfekt definiert. So muss es jetzt sein. Anders wird es nicht mehr gemacht. Auf der anderen Seite haben wir die Theorie, die sich zunehmend bestätigt. Dazu mache ich vielleicht auch nochmal ein separates Video, aber um das ganz, ganz knapp hier anzureißen. Die Theorie, dass die Primarchen letztlich geringere Warp-Götter sind, die der Imperator auf seiner Reise nach Molech aus den Warp genommen hat und in menschliche Form gegeben hat, indem er sein eigenes genetisches Template und das der Perpetual Urder benutzt hat, um Supermenschen zu erschaffen, die dann eben diese Warp-Götter auch enthalten können. Einer dieser Warp-Götter ist Vulkan und Vulkan ist letztlich der Handwerker, also vom Prototypen her eine Figur, die Dinge erschafft und aus sich heraus erschafft, die in die Welt hineingibt und sozusagen zum Wohle der Menschheit versucht, Fortschritt zu erzeugen. Dahinter steht eine benevolente Idee, ein alter Meister, der gleichzeitig Verteidiger ist, jemand, der anpackt, jemand, der in der Lage ist, seine Gemeinschaft zu unterstützen. Und all diese Dinge präsentiert Vulkan auch. Er ist sozusagen der Urtypus des Handwerkergottes, wie eben Hephaeston, der einfach Dinge erschafft, um die Welt besser zu machen. Gleichzeitig ist bei Vulkan aber auch dieser Feuergedanke drin. Das bedeutet dieser Gedanke des Prometheus, der letztlich sich auch in dem Mond von Nocturne widerspiegelt. Eine grundlegende Idee von, ich bringe den Menschen den Funken des Lebens, den Funken der Verständnis, den Funken der Wärme, ich bringe ihnen etwas notfalls auch gegen den Willen der Götter. Und das ist letztlich auch genau das, was Vulkan ganz, ganz oft tut und was wir bei den Salamanders sehr, sehr oft finden. Der Wille der Götter oder respektive des Gott-Imperators und auch des Mechanikums und des Omnissaya steht ganz, ganz oft den Dingen entgegen, die die Salamanders eigentlich wirklich tun und dieses Bedürfnis zu teilen, zu beschützen, Gemeinschaften zu bilden, in diesen Gemeinschaften zu leben, finden wir zum Beispiel bei den Salamanders ganz, ganz stark dadurch wieder, dass sie eine der wenigen Space Marine Orden sind, die sich nicht von der Zivilbevölkerung separieren, sondern unter diesen Leuten leben und versuchen, mit ihnen zusammen zu existieren und diese Gemeinschaft zu fördern. Gleichzeitig ist da aber eben die Idee dieser wärmenden Flamme und dieses wärmenden Schmiedefeuers, aus dem neue Dinge entstehen können, bei denen man auch bereit ist, sie passieren zu lassen. Ein Vertrauen in den Prozess an sich, der etwas Neues hervorbringt und eben nicht die Suche nach altem Wissen, sondern das Weiterentwickeln des Bestehenden und notfalls das Wiederentdecken von alten Dingen, nicht indem ich sie aus einer alten Höhle ausgrabe, zerlege und sage, ah ja, das hat uns der Omnissaya geschenkt, sondern indem ich den Prozess, der vor Jahrtausenden schon mal gemacht worden ist, eben noch einmal mache und noch einmal an die Arbeit gehe und mich bemühe, die Menschheit dadurch zu bessern, dass sie die Dinge, die damals etwas erfunden haben, wieder hervorbringen kann und so dann einen stetigen Fortschritt der Spezies zu erzeugen. Das ist letztlich ziemlich genau, was Vulcan tut. Vulcan ist eine Person, die grundlegend über Veränderungen dahingehend urteilt, dass sie aus einem sehr, sehr offenen Herzen und einem sehr, sehr großen Vertrauen handelt, und wenn er dann schließlich beschließt, dass etwas gut ist, dann teilt er es auch bereitwillig und wenn er erkennt, dass etwas zu schnell geht, dass ein sich überschlagender Moment dabei ist, dann liegt darin quasi auch ein moralisches Urteil. Vulcan urteilt über erschaffene Dinge nicht auf der Basis der Frage, ob sie böse oder gut sind, sondern ist die Menschheit bereit dafür. Das sieht man ganz, ganz krass in den Unterhaltungen, die er jetzt in dem neuesten Echos of Eternity mit Magnus führt. Ihm geht es letztlich nicht darum, dass Warpkraft insgesamt nicht nutzbar ist oder sonst irgendetwas, sondern um die Frage, hat Magnus Seele die moralische Entwicklung mitgemacht, die auch seine Macht hinter sich gebracht hat, oder ist ihm seine eigene, hier in großen Anführungszeichen, technologische Entwicklung, seine Erfindung, dieses Finden von Warp-Energie, diese neue Macht, die er von Zinsch bekommen hat, einfach davongelaufen und er ist moralisch und seelisch nicht hinterhergekommen. Und das ist das, was man bei Vulcan immer wieder findet. Bei ihm steht immer die Frage im Raum, ist die Menschheit bereit dafür, gibt es einen besseren Weg, aber grundlegend eben auch ein tiefes Vertrauen in die Menschheit und in neue Pfade. Und das ist letztlich das, was ihn besonders macht, was auch diesen Funken des Lebens, dass er seine eigene Fähigkeit, immer wieder geboren zu werden, viel, viel schneller findet, als die anderen ausmacht. Denn letztlich sind alle Primarchen Perpetuals. Jeder einzelne von ihnen könnte aus seinen Atomen wieder entstehen, selbst wenn Warlord Titan auf ihn drauf tritt. Und vorausgesetzt, er würde daran sterben. Es sind ja durchaus Primarchen von Titanen gelatscht worden, die nicht gestorben sind. Das macht aber eine sehr, sehr interessante Sache auf, nämlich wenn man den kollektiven Wunsch der Menschheit zu erschaffen, zu gestalten und der Genese selbst aus dem Warp herausnimmt, also dieses wärmende Feuer der Erfindung und dieses gleißende Licht an eine bessere Zukunft zu glauben und in den Primarchen reinstopft, fehlt das natürlich. Es gibt plötzlich keine psionische Resonanz innerhalb des Warp mehr für genau diese Bedürfnisse der Menschheit, während es auf der anderen Seite bei dem Omnisaya natürlich eine eher nach hinten gewandte, eine konservative und zwar bewahrende, aber gleichzeitig auch die Menschheit und ihren Fortschritt extrem verlangsamende Macht gibt, die sich wahrscheinlich als Warp-Entität ausgebildet hat. Das wird umso wahrscheinlicher, je mehr wir in Richtung Waschtor schauen, der ja dann sozusagen das verkommene, irgendwie verderbte Konterpart des Omnisaya und Vulkans gleichermaßen ist, weil da eben zwei Dinge passieren, die ganz, ganz spannend sind. Die grundlegende Idee des Omnisaya ist, alles zu entschleunigen. Die Menschheit kann gar nicht durch technologischen Fortschritt sich selbst und ihrer eigenen moralischen Entwicklung davonlaufen, weil man durch Rituale, durch das Anbeten von Maschinengeisten und durch die Tatsache, dass man nichts Neues erfinden darf oder sonst, wie Belisarius Cole zum Heretiker erklärt wird, verhindert, dass die Menschheit sozusagen Technologie schneller entwickelt, als sie eigentlich moralisch in der Lage ist, damit umzugehen. Vulkan mahnt und versucht zu kontrollieren und versucht sozusagen wie eine Art großväterliche Figur, diese Dinge einfach in Zaum zu halten und zu sagen, ja, natürlich brauchen wir Fortschritt, aber wir brauchen einen Fortschritt, der letztlich nicht wieder zu einem neuen dunklen Zeitalter der Technologie, zur Entdeckung von künstlichen Intelligenzen wie den Man of Iron führt, die uns dann schließlich angreifen, sondern wir brauchen einen langsamen, stetigen, kontrollierten Fortschritt, der mit einem gesellschaftlichen Fortschritt Hand in Hand geht und eng verknüpft ist. Das Einführen einer neuen Technologie bedeutet auch, die Veränderung der Gesellschaft auszuhalten und abzuwarten. Und diese Gesellschaft muss dann bewahrt werden, notfalls auch vor ihren eigenen Erfindungen. So, auf der anderen Seite hat man dann jetzt aber eben den Void Dragon, der letztlich ja bereits auf der Ebene der Necron-Tür genau diese gegenteilige Entwicklung eingeleitet hat. Die Necron-Tür haben es nicht geschafft, den Prozess des Wechsels von biologischen, von Krebstumoren zersetzten Körpern zu mechanischen Körpern in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich gut einzubauen oder umzubauen. Sie waren viel zu gierig, wollten zu viel zu schnell, haben geglaubt, von den Göttern eine Superwaffe geschenkt zu bekommen, die am Ende ihr Untergang war und zuzusehen, wie ihre Seelen von den Sternengöttern gefressen werden, während sie selbst in seelenlose Roboter, die dann auch noch den entsprechenden Routinen unterlegen sind, verwandelt zu werden, hat natürlich dieses Volk einfach vollständig vernichtet und dafür gesorgt, dass ganz, ganz viele gesellschaftliche Entwicklungen innerhalb der Necrons sich jetzt gegen das Volk wenden. Selbst jetzt, zehntausende Jahre, hunderttausende Jahre, nachdem sie diese Mutation durchgemacht haben, diese Veränderung erfahren haben, hat sich ihre Gesellschaft nicht von dem Trauma des einen technologischen Fortschritts erholt, der am Ende zu viel war und diese grundlegende Gemeinschaft, die die Necron-Tür waren, hat zerbrechen lassen. Und jetzt sind die Necrons sich selbst am Ende des Tages nicht nur spinnefeind untereinander, sondern werden wahrscheinlich auch einfach daran scheitern, die Galaxis zu erobern, weil sie sich untereinander aufgrund der vergangenen Missetaten, die durch diese Technologie möglich waren, nicht verzeihen können. Und das ist natürlich eine ganz, ganz krasse Geschichte im direkten Abgleich zu dem, wozu sie eigentlich in der Lage wären, wenn sie ihre Technologie wirklich einsetzen würden, um die Galaxis zu erobern und sich intern einig wären natürlich. So haben wir also quasi jetzt letztlich drei Technologie-Gottheiten, die hier schon in irgendeiner Form existieren. Der Omnisaya, der eher eine bremsende Form ist, Vulkan, der eher eine vorsichtig vorantreibende Figur ist und den Void-Dragon, der eine verführende, aber nicht im Warp existente Figur ist. Und jetzt haben wir Vashtor. Und Vashtor ist letztlich genau der Rest, der übrig bleibt. Nämlich Technologie und technologischer Fortschritt, Verschmelzung von Mensch und Maschine, das Auflösen von sozialen Konstrukten und Normen um jeden Preis. Die personifizierte Verantwortungslosigkeit dessen, was passiert, wenn Menschen glauben, schlauer zu sein, als die Gesellschaft es eigentlich zulässt. Und sagen, wir führen erst das neue Produkt ein und schauen dann, was es mit unseren Kindern, mit unseren Familien, mit unseren gesellschaftlichen Konstrukten, unseren politischen Systemen macht. Am Ende des Tages ist Vashtor der personifizierte Forscherdrang und die personifizierte Rücksichtslosigkeit einer von Moral befreiten Intelligenz, die einfach nur um des Erfindens willen vorantreibt. In Vashtor liegt natürlich auch so ein bisschen ein schräger Blick Richtung Belisarius Cole, der da einfach ganz, ganz stark diese Prinzipien aufweist. Dieses, ich habe es jetzt erfunden, Gilliman, lass mich auch noch die Verräterlegionen da mit hineinführen. Und Gilliman so, nein, das würde viel zu viele Probleme machen. Es geht nicht nur darum, dass die Verräter sind. Das wäre auch schwierig zu erklären. Und Cole reagiert darauf ja einfach mit, ach ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Und übrigens, im Geheimen habe ich es schon getan, wenn wir in Richtung dieses Pseudo-Imperial-Fist-Ordens schauen, der jetzt im Zuge des Rift Wars entstanden ist. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie sie heißen, irgendwas mit Phönix. Aber ihr wisst, was ich meine. Kurzum, wir haben jetzt schon eine Entwicklung, die natürlich auch einfach unglaublich schnell voranschreitet. Und diese drei Deitäten, nämlich Vulcan, den Omnisia und den Void Dragon, plötzlich wieder ganz, ganz krass eigentlich in diese Situation hineinführt. Und plötzlich wird es ganz, ganz spannend, was die alle so machen. Also, ich denke nicht, dass wir in naher Zukunft Vulcan zurückkriegen. Dafür ist der einfach nicht beliebt genug. Und alles, was wir im Internet gerade hören, sagt ja, dass der Löwe zurückkommt. Und sonst erst mal kein Primarch, also außer Angron. Aber wir haben hier grundlegend jetzt eben eine Situation, in der gerade die Frage danach ist, gibt es den Omnisia ja eigentlich wirklich? Wenn ja, hat er eine Warp-Entsprechung? Und wie manifestiert sie eigentlich? Das ist eine ganz spannende Frage in Anbetracht der steigenden psionischen Resonanz der Galaxis. Weil faktisch haben wir noch keinerlei wirkliche und echte, weder spielmechanisch noch im Lore, entstehende Situationen gesehen, wo ein Gebet zum Omnisia eine echte psionische Resonanz und eine Reaktion aus dem Warp hervorgerufen hat. Was natürlich auch so ein bisschen die Frage aufmacht, gibt es ihn wirklich? Das wäre ganz spannend, sich da mal in diese Richtung zu orientieren und mal zu gucken, ob das eigentlich so ist. Also wenn irgendjemand von euch da eine andere Information hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr sie unten in den Kommentaren postet, weil ich die ganzen Mechanikumsbücher bestenfalls oberflächlich und oft gar nicht gelesen habe. Also gerade die reinen Mechanikumsbücher. Ich habe natürlich Belisarius Call, The Great Work und sowas, habe ich mir dann schon angeschaut. Oder auch wenn Adepten des Mars mal vorkommen in einem der Horos-Herese-Romane. Aber ganz spezifisch, die Sachen habe ich mir eben nicht angeguckt. Und da wäre es cool zu wissen, ob es denn tatsächlich Warp-Entitäten des Omnisaya in irgendeiner Form gibt. Abgesehen von den Maschinengeistern, die manchmal, gerade wenn es so in Richtung des Erlangens des Bewusstseins geht, so ein bisschen eine Warp-Verbindung andeuten. Wäre auf jeden Fall spannend zu sehen. Abgesehen davon sind wir hier natürlich jetzt gerade auch einfach an dem Punkt, an dem der Splitter des Void Dragon und Vashtor sich plötzlich sehr, sehr ähnlich sehen. Genauso wie sich Belisarius Call und Vashtor sehr, sehr ähnlich sehen. Und ich von dem reinen Design der Figuren her mal richtig, richtig gespannt bin. Also ihr habt das ja in den Kommentaren zu meinem Why is it cool Vashtor-Video auch relativ stark aufgegriffen, dass da eben Parallelen da sind. Und ich muss ehrlich gestehen, die hätte ich selber gar nicht gesehen. Aber jetzt, wo ihr es mir einmal gesagt habt, habe ich das wahnsinnig krass auch sofort bemerkt. Also Mensch, stimmt eigentlich. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Genauso wenig wie, dass die ersten Wotan und der Man of Iron aus dem Blackstone Fortress sich gleich ähnlich gesehen haben. Am Ende des Tages bin ich einfach wahnsinnig gespannt darauf, was jetzt hier passieren wird und was mit diesen ganzen Deitäten des Warp, gerade weil sich da jetzt auch die Möglichkeiten so krass verbreitet haben, eigentlich alles gemacht wird. Was sie mit dem Katan-Shard des Void Dragons eigentlich noch machen, weil sie müssen was machen. Und die Necron-Story wird ja jetzt auch entsprechend vorangetrieben mit dem Pariah Nexus und dass es da irgendwie zunehmend kritischer wird und die Situation da immer schwieriger. Insofern, man darf gespannt bleiben, muss ich ehrlich sagen, was Games Workshop da jetzt mit den Arcs of Omen alles einführt und welche Dinge sich verändern werden. So oder so, das waren so meine Gedanken zu den technologischen Deitäten des 41. Jahrtausends. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit zuzuhören. Wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Macht's gut und bis bald. Wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag.